Hi, ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr seid gut durch die Osterzeit gekommen. Ich spiele euch hier mal eine Art Corona-Tagebuch-3-Experience ab. Diesmal ist Danny zu Gast. Danny ist selber Künstler und er erzählt mir mal, wie er die letzten Tage und Wochen so erlebt, wie er da durchkommt und was für Probleme er da hauptsächlich für sich, aber auch für die kulturelle Landschaft sieht. Und sonst empfehle ich euch den Audiophil-Podcast, den Danny natürlich zusammen mit Christiane und Joscha macht. Hört ihn euch ruhig an, ist eine sehr gute Ablenkung und man lernt auch immer, mal wieder was dazu aus verschiedensten Bereichen. Und vor allem hört man Neues zu den verschiedensten Nischen-Podcasts, etwas, dass man bei den öffentlich-rechtlich produzierten Podcasts über Podcasts nicht geboten bekommt. Also an dieser Stelle herzlichen Dank an Danny, dass er das mitgemacht hat und ich hoffe, wir sehen und hören uns demnächst auch im realen Leben wieder. Wahrscheinlich weiterhin mit 1,5 Meter Abstand, aber immerhin. Und ihr habt noch einen schönen Sonntag. Hi Danny, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Ich sitze hier zu Hause, habe gerade schon umgetopft. Was topfst du denn um? Ich habe Kräuter gekauft. Nachdem der Baumarkt ausverkauft war, habe ich jetzt im Rewe noch Kräuter bekommen. Du glückspitzst. Würde ich einschätzen. Du kennst ja diesen Film Contagious, wa? Mhm. Einer der Filme, die ich ganz besonders gut finde, weil Kate Winslet spielt mit. Ich hasse Titanic, aber ich mag Kate Winslet. Und ich mochte sie da drin. Also ich habe sie fast ein wenig gehasst, nachdem ich die Titanic gesehen habe. Ich habe gedacht, wie kann man als Frau in so einem Film mitspielen? Das ist furchtbar gewesen, furchtbar. Jedenfalls kennst du halt diesen Film. Was würde denn ein Künstler, nachdem du und deine Familie euch getestet haben, so entwerfen, als Armbändchen zum Beispiel, um dann zu signalisieren, also ich, ich bin hier sozusagen immun. Und dann könntest du das ja verkaufen, weil finanziell, denke ich mal, wird es langsam eng. Das ist total interessant, weil diese Frage habe ich mir in den letzten Wochen auch oft gestellt. Also wie trennen wir oder beziehungsweise wie signalisieren wir später? Ah, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich hatte schon Corona, wenn wir ohne Gesichtsmaske nah an jemandem im Supermarkt vorbeigehen und mit Freunden auch lange unterhalten. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Und ich glaube, eine Markierung in der Öffentlichkeit von Menschen, dass sie Corona hatten, ist nicht, glaube ich, das Schlimmste, was dieser Gesellschaft passieren kann. Dann kannst du den Leuten auch direkt wieder einen gelben Stern und einen rosa Dreieck auf dem Arm machen. Ja, ich weiß, aber das war halt in diesem Film. Und ich glaube, wenn es wirklich schlimm wäre, wäre es sogar sinnvoll, wenigstens ein Armband oder so zu tragen, um zu sagen, ja, ich habe mich impfen lassen oder ich bin immun. Während dann, glaube ich, es führt gesellschaftlich, glaube ich, also meine These wäre dann, dass sobald du das tust, Leute echt anfangen, die Schenken abzulecken, hauptsächlich kriegen jetzt Corona. Und ich glaube nicht, dass das förderlich ist, solange die Hälfte es noch nicht hatte. Also absolut kein Vertrauen in die deutsche Gesellschaft. Ich stelle mir vor, du sagst, wir machen alle Kneipen wieder auf, aber nur Leute, die im Impfausweis gestempelt haben, ah, wir hatten Corona, wir sind getestet, dürfen rein. Es dauert auch keine drei Tage, dann haben die Leute, die alle wieder Bierchen trinken wollen, irgendwie eine Corona-Party nach der anderen geschmissen. Okay. Und dann haben wir, glaube ich, dasselbe Problem wie vorher. Ich lasse mich von deinem Argument überzeugen. Du wohnst in Köln. Richtig. Welches Bundesland ist denn das? Das ist Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen. Ich habe gerade gelesen, Nordrhein-Westfalen hat die Soforthilfen wegen Corona eingestellt, weil aus Angst vor Zweckentfremdung. Genau, es gab wohl gefälschte Seiten. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich sogar auch so eine Spam-E-Mail bekommen die letzten Tage. Ich klicke sowas hier mal direkt weg, aber irgendwas von NRW, Soforthilfeantrag. Und es haben wohl Leute, wenn ich das richtig verstanden habe, die Anträge gefälschte, gefälschte Websites online gestellt, Spam-Mails geschickt, dass du quasi den Antrag vor dir hattest eins zu eins kopiert, hast aber in Wirklichkeit gar nicht den Antrag vom Land NRW ausgefüllt, sondern den Antrag der Hacker. Die haben einfach am Ende nur noch ihre Kontonummer getauscht, sodass der Antrag bewilligt wurde auf deine Firma, hast du das Geld bekommen. Das Geld ist aber nie bei dir angekommen, weil das auf dem Konto der Betrüger gelandet ist. Und jetzt hat das Land NRW erst mal die Auszahlung komplett gestoppt und die überlegen sich wahrscheinlich jetzt, wie sie weitermachen. Das ist halt, wenn man alle Sicherheitslücken nicht versucht zu schließen. Ja, das kommt davon, wenn man etwas sehr schnell macht. Ich bin ja ein Freund von der schnellen Hilfe, aber kein Freund von schnellen Gesetzesentwürfen, die dann zwar so dick sind als Stapel, wie Olaf ja hochgehalten hat. Guck mal hier, was ich geschafft habe in drei Tagen. Na, super, Olaf. Hast du denn die Sicherheitslücken alle geschlossen? Kannst du denn garantieren, dass da nicht Schindluder getrieben wird? Nein, kann er natürlich nicht. Mich wundert vor allem, das muss ja ein deutsches Konto sein oder ein ausländisches Konto. Da müsste es aber, glaube ich, direkt ja auch schnell auffallen später. Ach so, übrigens, hast du es schon gesehen? Was denn? Oberpappnase. Oh, toll, Merchandising. Ja, ich mache hier mal. Hat Thilo mir mal geschenkt. Cool. Grüße an Thilo. Tot schick. Ja, und jedenfalls, jetzt werden die wahrscheinlich, ja, die müssen ja alle anrufen dann oder so. Also ich würde ja, als einste Verfahren, was ich mir überlegt hätte, wäre jetzt, die rufen einfach die Antragstelle jeweils einmal an und gucken, ob die Festnetznummer stimmt, die sie angegeben hat, ob jemand rangeht und nicht mal dieselbe Person oder so. Ja, theoretisch könntest du das aber als Hacker auch noch erweitern, dass du in diesen Antrag die Telefonnummer rein gibst und dann wird es ausgetauscht und dann geht da so ein Hacker dran. Wie es PayPal macht, also wo man ein Euro aufs Konto überwiesen kriegt und dann musst du von der angegebenen Festnetznummer anrufen und kurz den Code durchsagen oder so. Keine Ahnung. Aber jedenfalls total spannend, dass das jetzt passiert ist. Und es ging schnell. Und ich glaube, dass auch sehr viele Leute das gemacht haben. Ich bin gespannt, wie viel Geld verlustig gegangen ist. Wie viel ist das Paket insgesamt? 1,8 Billionen? Glaubst du, da kann man ein paar Hunderttausend nicht verschmerzen? Ich habe noch keinen Antrag gestellt, das sind 9.000 Euro weniger. Wie ist es bei dir gelaufen? Du hast ja auch Soforthilfe beantragt, oder? Nee, Soforthilfe habe ich nicht beantragt. Es gab in NRW, das ist total zu sagen, also kurz zur Erklärung, falls das jemand hört, ich bin ja Künstler, hauptberuflicher und lebe vom Kunstmachen. Und es gab direkt, als es angefangen hat und alles eingefroren wurde und Lockdown, wie man sagt, eine Künstlernothilfe vom Land NRW, die haben halt ganz schnell gesagt, so alle Künstler, die in der Künstler-Sozialversicherung sind, also das nachweisen können, kriegen bis zu 2.000 Euro Verdienstausfall direkt. Erstmal so bar auf die Hand sozusagen. Richtig, richtig. Diesen Antrag habe ich gestellt am 20. März, am Tag, als es rausgekommen ist, ungefähr, ich habe gelauert und als der Antrag raus war, habe ich schnell meine Unterlagen und 20 Minuten später hatte ich diesen Antrag gestellt. Ich habe allerdings bis heute kein Geld. Oh, nein. Nein. Es gab dann nochmal eine Rückfrage, man sollte das ausschließlich per E-Mail machen. Ich habe es nicht ganz verstanden, das Land NRW hat das, glaube ich, den Bezirksregierungen der Städte übertragen und da musstest du hinschreiben, auch nur per Mail. Also es gab für jede Stadt in NRW größere eigene Ansprechpartner, wo du den Antrag gestellt hast, per E-Mail-Formular. Also du hast einfach eine E-Mail hingeschickt. Und ich hatte noch eine Rückfrage zu meinen Anlagen, weil die da was vertauscht hatten, glaube ich. Die dachten, ich hätte eine Rechner geschrieben, was war eine Rechner nicht. Du musst halt Belege nachweisen, dass du irgendein Verdienstausfall hast, unbürokratisch, formlos. Und danach habe ich nie wieder was gehört. Und ich kenne in Köln auch keinen anderen Künstler oder Künstlerin, die auch das Geld bisher bekommen hat. Es gibt Gerüchte, dass einiges bekommen hätten. Es hat auch ein Bekannter von mir dort angerufen, nachdem er jemanden erreicht hat. Da wurde ihm wohl gesagt, dass alle Anträge bis zum 23. März genehmigt und ausgezahlt sind. Und er hat den Antrag aber auch am 20. gestellt und auch noch kein Geld bekommen. Also wir harren der Dinge, die da kommen. Also müssen die Städte das bearbeiten und wahrscheinlich aus ihrer Kasse erst mal bezahlen, so wie sich das anhört. Ja, ich habe es, also wie das vor funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß, eine Bezirksregierung, du hast irgendeine E-Mail mit BZR, also so Abkürzungen geschrieben. Ohne Eingangsbestätigung. Das war das Spannendste. Das ist immer so, wenn man so E-Mails abschickt, nicht weiß, ist die jetzt angekommen? Ja, das ist nicht schwierig, ja. Kommt sie nach vier Wochen zurück? Deswegen arbeiten ja Verwaltungen so gerne mit Papier. Ja, da hat man ein bisschen was zum Abheften. Ja, und dann bei Künstlern natürlich auch noch. Künstler haben merkwürdige Verträge. Ich meine, du kennst das ja auch von deiner Arbeit wahrscheinlich. Also ich habe dann so, ich habe zum Beispiel einen Messevertrag und Ausstellungsvertrag eingereicht, wobei sowas natürlich nicht ersichtlich ist, dass ich einen tatsächlichen Verdienstausfall habe. Weil natürlich eine Messe ist für mich das, wo ich mein Geld verdiene oder eine Ausstellung. Aber ich kann natürlich nicht nachweisen, dass ich ein Bild oder Kunst oder was auch immer verkauft hätte auf dieser Messe. Das ist als Beleg ein bisschen schwierig. Und ich glaube, da hatten die armen Menschen, die Anträge bearbeiten, auch richtig zu kämpfen, zu erkennen, was ist jetzt eigentlich für ein Verdienstausfall und was nicht. Weil die Arbeit von Künstlern und Künstlerinnen ungewöhnlich ist. Ja, ich frage mich ja, kommen die Leute zu einer Kunstmesse, sehen dein Bild und sagen, das möchte ich gerne kaufen? Sind deine Bilder eigentlich alle Unikate? Ja, ich mache Editionen, teilweise fotografiere auch ein bisschen. Da gibt es eine Auflage von. Aber normalerweise, genau, ist alles Unikat. Ja, Künstler, ich glaube, Künstler, also bildende Künstler, wie man so sagt, also Künstler, die etwas herstellen, was dann im Raum ist, bildende Kunst, erleben, glaube ich, alle so unterschiedlich. Wenn ich das von mir jetzt hier kurz beschreibe, ich habe eigentlich drei Einnahmequellen. Das ist erstens meine Atelierpartys. Das heißt, ich habe mein Atelier, da lade ich Leute ein, alles halbe Jahr, und dann besaufen wir uns, und ich bringe Kunst unter die Leute, und wir reden über Kunst, und verbringen Abend miteinander, essen und trinken. Das Zweite ist in Ausstellungen. Das heißt, Galerien oder öffentliche Einrichtungen, die meine Kunst ausstellen, und möglicherweise dort jemand sagt, ah, ich erwerbe davon ein Werk. Und das Dritte sind eben Kunstmessen. Zwei-, dreimal im Jahr fahre ich irgendwo hin, miete mir eine Kurie, stelle meine Kunst aus und warte auf Interessenten, die mich eben noch nicht kennen, um den Horizont einfach zu erweitern von Sammlerinnen und Sammlern, die dann Bock haben auf meine Kunst. Genau. Das sind so die drei Sachen, von denen ich lebe. Und die sind jetzt alle abgesagt. Genau, alles abgesagt von heute auf morgen. Nicht mal mehr saufen. Das ist unglaublich. Nicht mal mehr saufen. Mein Atelier wurde, wie nennt sich das, der Betrieb wurde auf behördliche Anordnung geschlossen. Ja, das ist ein schönes Beamten-Deutsch. Genau. Und das ist das Schwierige natürlich auch, und deshalb fällt die Kunst dann wieder immer durch. Du musst, also zum Beispiel, wenn man das mal guckt, dieser Soforthilfe-Antrag für NRW hat ja drei Punkte, dass du den bewilligt kriegst. Der erste ist, deine Umsätze haben sich gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als halbiert. Was bei Künstlern schwierig ist, weil du musst dir vorstellen, also ich rede jetzt von mir, aber vielen anderen geht es auch so in der bildenden Kunst, du hast keine einheitlichen monatlichen Einnahmen. Das heißt, es kann sein, du schreibst zwei Monate gar keine Rechnung, dann verkaufst du zwei, drei große Arbeiten, hast eine Ausstellung, hast auf einmal, was ich 15.000 Euro in Rechnung gestellt. Also ich könnte jetzt schlecht, ich habe letztes Mal, guck, letztes Jahr im März zum Beispiel, habe ich null Euro in Rechnung gestellt. Ja, also da kann sich mein Umsatz schlecht halten. Das ist mit dem Halbieren ein bisschen schwierig, ja. Genau. Dann das Zweite ist, du kriegst ja dieses, diese Soforthilfe ausgezahlt. Der zweite Punkt heißt, wenn die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um kurzfristige Zahlungsverpflichtungen des Unternehmens zu erfüllen, zum Beispiel Mieten, Kredite, Betriebsräume und Leasingraten. Das ist bei mir natürlich einerseits, was heißt, das ist in NRW gerade das große Problem, weil NRW hat das wohl gut bewilligt und jetzt, da das aber in Bundesmittel übergegangen ist, ist jetzt so wieder ein schwieriges Thema, sind bei Künstlern die Ausgaben für dich selber Betriebskosten. Ja, also wenn ich jetzt als Künstler nicht leben kann, muss ich mein Atelier kündigen und Grundsicherung beantragen oder ist, wenn ich als Solo-Selbstständiger, als Künstler existiere oder zum Beispiel in Atelieren, viele haben ja auch Heimateliers, die wohnen und arbeiten in einem Raum, gilt das als Betriebsausgabe. Das ist ein völlig unklarer Moment und deshalb ist nicht sicher, also ich habe ein bisschen Deutschlandfunk gestern gehört dazu, die hat einen Beitrag, dass eben auch Solo-Selbstständigen im künstlerischen Bereich geraten wird, das Geld erstmal zu behalten, nicht auszugeben, weil man es vielleicht später zurückzahlen muss. Weil nicht klar ist, ob jetzt, außer dass ich mein Atelier bezahle, also was, das ist bei Bildender Kunst halt schwierig, weil ich, ich könnte ja jetzt arbeiten, aber da muss ich ja Leinwände für kaufen, Bilderrahmen für kaufen, Farbe für kaufen und das ist die Frage, lohnt sich das, weil ich habe ja, was soll ich dann damit? Ich kann jetzt nur als Kunst produzieren erstmal und später mal sehen, was wird damit eigentlich. Was als Künstler natürlich auch frustrierend ist, weil ich sitze jetzt in meinem Atelier und denke, ah, wie möchtest du jetzt spannende Sachen machen, wenn du sie nicht zeigen könntest. Würdest du denn jetzt irgendwas auf die Leinwand kriegen, das nicht irgendwie depressiv ist? Ich weiß ja nicht, wie das so, ich weiß ja nicht, wie das so funktioniert als Kunstschaffender. Ich war noch nie so mit Malen und Bildender Kunst war ich nie so drinnen. Aber wo kommen da die Motivation und die, die Muse her sozusagen? Also Corona-Bilder malen ist vielleicht ein bisschen langweilig. Na, ich habe auf den Blick auf Leinwände zu husten. Ich hatte ja zum Beispiel ein Kunstprojekt, ich habe ja so kleine Holzboote gebaut mit ganz vielen Menschen drin, die vielleicht so ein bisschen Assoziation eines Flüchtlingsbootes haben. Mein ursprünglicher Plan war ja eigentlich, die auf der ganzen Welt, in der westlichen Welt zu verteilen an Springbrunnen. Also das so kleine Flüchtlingsboote im Trevi-Brunnen, in irgendwie berühmten Sehenswürdigkeiten, diese Bootchen da schwimmen zu lassen, indem ich nämlich, ich habe ja einige Bekannte, die so Piloten oder Stewards oder wie nennt es das, Fluggegleiter oder Fluggegleiterinnen sind, die da einfach mitnehmen und aussetzen auf aller Welt. Da habe ich schon 15 Stück von gebastelt gehabt. Die stehen jetzt natürlich bei mir alle im Atelier, weil es fliegt ja niemand mehr und sieht auch niemand mehr. Also dieses Kunstprojekt zum Beispiel habe ich erstmal beerdigt. Ist raubig, weil wir haben ja noch die Flüchtlingslager auf Lesbos und in Meura. Ja, ich plane gerade um, ich überlege gerade, ob ich die kleinen Flüchtlingsboote aussetze in Spargelregalen in Supermärkten. Mal gucken, wie lange die da stehen bleiben. Das wäre jetzt ungeplant. Da arbeite ich gerade dran. Also wenn du das machst, brauche ich Bilder davon oder ein Video oder so. Ich versuche es. Genau. Vielleicht ist das die neue Umwidmer jetzt der Kunst. Aber es ist natürlich ein bisschen frustrierend. Oder ja, frustrierend ist das falsche Wort. Es war am Anfang ja ein Schock. Als Corona kam, es lief ja so langsam an. Die großen Messen wurden ab, die großen Ausstellungen. Ich wusste, es kommt auf mich auch irgendwann zu. Und dann war am Anfang alles weggebrochen auf einmal. Und dann hat es so ein paar Tage gedauert, bis ich auch wieder dachte, es bleibt nicht wie immer so. Es gibt auch eine Zukunft. Und auch vom Land NRW oder was ist die Stadt Köln, es geht auch nicht alles an einem Tag zu klären. Es war am Anfang so ein Schockzustand. Man dachte, oh, alles bricht weg. Ich habe kein Geld, keine Miete. Was mache ich mit meinen Rücklagen? Will das jetzt? Was mache ich? Was tue ich? Ich muss Grundsicherung. Gehe ich jetzt in den Supermarkt kellnern? Kellnern gehen auch nicht mehr. Gehe ich jetzt arbeiten? Und dann hat es für mich auch ein paar Tage gedauert, diese Ruhe wieder reinzukriegen. Wie sagt man? Locker durch die Hose atmen, heißt das, glaube ich, in unserem Ost-Zlang. Um einfach Pläne zu arbeiten, ein bisschen sich wieder zu stabilisieren. Und wenn ein Tag sinnlos vergeudet ist, das auch zu genießen und nicht permanent Angst zu haben um seine Zukunft. Ja, das hilft ja auch nicht, weil irgendwann wird das auch wieder vorbei sein. Und dann muss man ja weitermachen. Aber ich kann mir vorstellen, dass so die ersten paar Tage wirklich, also wenn man nicht weiß, wie geht es denn jetzt weiter? Kann ich von meiner Arbeit noch leben oder muss ich mir was Neues suchen? Ja, während für uns, ich wohne mit meinem Freund zusammen, auch ganz spannend war eigentlich, weil mein Freund in der Automobilindustrie, die haben ja auch Kurzarbeit gemacht, aber alle nach Hause geschickt, weil die das Werk geschlossen haben. Und der ist halt direkt am selben Tag, weil er wusste, er hat jetzt sechs Wochen keine Arbeit, direkt hier zum Supermarkt gegangen, hat sich als Regalreinräume einstellen lassen, als Minijob. Was ich sehr gut finde, weil jetzt ist er nicht auch den ganzen Tag zu Hause. Also für mich hat sich ja nicht viel geändert, außer dass mein Freund den ganzen Tag auch noch zu Hause ist. Und jetzt geht er wie es ein bisschen arbeiten. Ja, aber so ist es war total spannend. Also deine bessere Hälfte ist jetzt systemrelevant beschäftigt. Genau, richtig. Und nicht mehr in der Immobilindustrie. Genau, ich bin ganz stolz und erzähle allen, dass ich eine systemrelevante Person im Umkreis habe. Sehr gut. Der direkt an Toilettenpapier kommt, wenn er will, aber es gibt ja keins. Ich glaube, ich würde die Aufnahme auch ausstellen und dann würde ich auch Kontakte bestehen. Ja, und das wollte ich immer sagen. Es war nicht nur frustrierend, es war ganz komisch. Also die ersten drei Wochen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, waren so geprägt von, aber ich saß noch mal zu Hause und habe immer gesagt, diesen typischen Satz, hättest du vor zwei Wochen gedacht, dass, ja, also hättest du vor zwei Wochen gedacht, dass ich jetzt sechs Wochen frei habe? Hättest du vor zwei Wochen gedacht, dass ich auf einmal im Supermarkt arbeite? Hätte ich vor zwei Wochen gedacht, dass ich auf einmal Kunst online versuche zu verkaufen, statt bei mir im Atelier? Also es war so faszinierend wie, und natürlich aus unserer Luxusperspektive, weil wir haben keine Kinder, wir haben eine ordentliche Wohnung mit Balkon, also wir haben keine Schwierigkeiten, wir verstehen uns gut, das heißt, wir hauen uns auch nicht. Also es gibt wesentlich Leute, die schlimmer getroffen sind davon, aber dennoch so die Existenzfrage, die im Raum stand, ist natürlich dann auch erdrückend gewesen. Also eine ganz spannende Zeit, so faszinierend irgendwie. Also man vergleicht das irgendwie, habe ich festgestellt, bei den Medien teilweise mit Ostdeutschland und wie nach der Wende von heute auf morgen alles anders war. Ich kann dir zwei Anekdoten erzählen, also es faszinierend, mein Vater und meine Eltern wohnen ja mittlerweile auch in Köln, und mein Vater stand auf einmal vorm Kodi hier, kennst du Kodi? Da gibt es alles irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, so Pfennigfuchse oder so, gab es bei uns früher, Rudi, Rudis Rest der Rampe, aber nur eine Nummer besser irgendwie. Kick und Co. Ja, irgendwie sowas. Und auf einmal steht da eine Schlange von Leuten, mein Vater geht vorbei und sagt, warum stehen sie hier? Dann sagt einer, ihr sollst Klopapier geben? Und dann stellt sich mein Vater da mitten zwei Meter rein, eine halbe Stunde, und kommt nach Hause und mit so einem riesen Packen und sagt meine Mutter, Renate, ich habe Klopapier bekommen. Und meine Mutter guckt so und sagt, äh, das ist Küchenrolle. Aber das ist mein Vater, weißt du, mein Vater kam nach und sagt, wir haben uns skyped an, und sagt, nach 30 Jahren, er hätte nicht vorstellen können, noch mal wieder in der Schlange zu stehen, um nach etwas zu warten, wo er nicht genau wusste, was gibt es eigentlich genau. Also das war unvorstellbar. Ja, das ist so typisch DDR. Ja, oder dass meine Mutter sagt, wenn es wieder Roggenmähe gibt, meine Mutter sagt, wenn es wieder Roggenmähe gibt, dann frag doch mal die Marke, weil die jetzt systemrelevant ist, mein Freund, ob der nicht eine Packung zurücklegen lassen kann. Weißt du, wie früher, das ist ganz faszinierend. Also wir sind das sehr gewohnt. Wie nennt sich das resilient? Also ich meine Eltern hat das echt wenig ausgemacht. Ich habe meinem Vater auch gefragt, ja, wie war das denn für dich, jetzt so nach meinem Reichen an der Schlange zu stehen? Aber ich glaube, die ist einfach mit Klick wieder in die alte Routine verfallen. Das ist wie Fahrradfahren. Ja, genau. Anstehend verlernt man. Genau. Also deshalb finde ich das Symbol wie früher in der DDR eine Wendezeit, davor Wendezeit irgendwie, wäre ich gar nicht so unpassend. Weil jetzt, für mich ist das auch noch mal, ich kenne das auch noch, dass ich als Kind... Nee, das mache ich mal jetzt. Das mache ich mal jetzt. Meine Eltern nehmen das auch sehr mit Humor. Meine Mama hat mir dann auch ein Bildchen geschickt, so einen Witz. So nach dem Motto, Regale leer, grenzendicht, willkommen in der DDR oder so. Also der Witz war irgendwie gereimter, als ich das jetzt dargestellt habe, aber sie nehmen das auch ein bisschen mit Humor und denken, ja, ist wie früher. Und dass man das halt alles entspannt sehen muss und der Dinge abwartend, die da wohl kommen. Und es geht halt immer weiter. Ja, dein Freund ist da. Sag immer Hi von mir. Und danke für den systemrelevanten Job. Ja, naja, und ein Kumpel von mir sagte auch, dass er das erste Mal im Leben hatte, dass er jetzt im Supermarkt war und irgendwas kochen wollte, dann gab es irgendwas nicht. Und er sagte, das muss ich umplanen. Das hat nie vorher passiert. Und das macht, glaube ich, auch was mit den Leuten. Also einfach so als in der Wahrnehmung, wenn es jetzt Achtsamkeit eigentlich sagt, gegenüber oder der Situation. Weil es wie in der DDR ist ja auch, es fehlt uns ja, wir verhungern ja jetzt nicht, es fehlt uns ja auch nicht an wichtigen Dingen. Man kriegt nur nicht alle zurzeit. Ganz spannend. Aber ich glaube, das tut der Gesellschaft auch mal ganz gut. Also als ich aufgewachsen bin, jetzt meine Eltern waren jetzt nicht großartig arm oder so, aber sie haben auch immer darauf geachtet, dass wir halt das schätzen, was wir haben. Ja, also nicht, man kriegt nicht alles, was man will, sondern man muss mit dem klarkommen, was man hat. Und ich finde, das ist eine gute Art und Weise, so an das Leben generell ranzugehen und es schadet, glaube ich, der Gesellschaft nicht mal ein wenig Entbehrlichkeit zu lernen, so generell. Es ist nicht gut für eine Gesellschaft, wenn immer alles da ist. Es sorgt nur für Verschwendung. Ja, und ich sehe natürlich auch mit meinem Background, oh, ich habe Background gesagt, mit meinem Hintergrund. Schöner Hintergrund übrigens. Ja, klingt so. Ja, ich habe einen Bildtext da hingestellt, dann sieht man mein Arbeitszimmer. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, ja, mit dieser Hamsterei. Ich kann natürlich auch verstehen, mein Vater, der irgendwie Nachkriegskind ist 1944 geboren, irgendwie als Kind echt nichts hatte, dass der bei so einer Nation auch vielleicht doch mal fünf, sechs Fischbüchsen sich einpackt oder sagt, ich kaufe mal doch zwei Brote. Weißt du, weil das einfach, also ich verurteile auch nicht so je Leute, die so ein bisschen auf Vorrat gekauft haben, wenn es auch hätte vielleicht früher machen sollen, nicht jetzt erst. Ja, das ist das Problem, wenn alle auf einmal hamstern, anstatt immer mal regelmäßig vielleicht einmal ein bisschen mehr. Ich tatsächlich bin dazu übergegangen, einmal mehr Mehl zu kaufen, als ich eigentlich brauche und das erstmal in die Vorratskammer zu stellen. Aber wie gesagt, ich bin auch so der Typ Einkaufer, das habe ich glaube ich schon mal bei einem anderen Podcast erwähnt, dass man für die Woche einkauft und wenn was im Angebot ist, so und so mitnimmt und dass man immer irgendwie was auf Vorrat zu Hause hat, so nach dem Motto, also wenn irgendwas ist, wenn ich mal drei Tage zu Hause bleiben muss, dann werde ich nicht gleich verhungern. Ist so eine ganz clevere Variante einzukaufen. Also daran sollte man so generell vielleicht auch denken. Und es sorgt auch dafür, dass der Geldbeutel nicht überstrapaziert wird. Du hältst dich dann auch an ein bestimmtes Kontingent an finanziellen Mitteln, was deine Einkäufe angeht und nicht, wenn du jeden Tag einkaufen gehst, dann gibst du mehr aus, als du musst und du verschwendest auch sehr viele Lebensmittel. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Ich habe ja jetzt, ja jetzt, da wir ja alle zu Hause sind, habe ich einen Speiseplan, das ist in der Woche im Voraus immer. Weil es mir schon was in drei Tagen abends zu essen gibt. Ja, super ist das. Hervorragend. Genau. Gut, und sonst machst du dir Gedanken, wie es finanziell weitergeht oder bist du auch demnächst im Systemreaktiven Job tätig? Nee, ich habe ja das große Glück und das ist jetzt als bildender Künstler, natürlich habe ich einen großen Luxus, den anderen Künstler, die eben von der Kunst, Künstlerin leben, die nichts schaffen, was man verkaufen kann, dass ich natürlich Sammlerinnen und Sammler habe, ein paar Mäzene und Unterstützer, die mir jetzt Bilder abkaufen. Also ich habe durchaus ein bisschen was verkauft, dass ich mir doch zwei, drei Monatsmieten jetzt leisten kann und ein bisschen sorgloser sein kann, als ich am Anfang der Krise war. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist super. Und genau, also jetzt nicht großartig, dass man jetzt, dass ich sagen kann, es könnte jetzt für immer so weiter gehen und ich vermisse es gar nicht, ich mache jetzt nur Skype, aber es war eine große Hilfe, dass eben einige Leute gesagt haben, so, ich wollte immer wieder was haben, zeige ich mir, was du hast, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil das ist natürlich für mich gut, als in der Bildenden Kunst, dass Leute jetzt eh Geld übrig haben, weil sie keine Urlaubsreisen machen, können nicht ins Restaurant gehen und Langeweile haben. Ich habe einen Freund, der hat schon was von mir gekauft, der ruft mich jetzt und sagte, ich habe jetzt Homeoffseh den ganzen Tag, ich gucke immer auf diese leere Wand, jetzt acht Stunden am Tag gucke ich auf diese leere Wand, da muss was hin. Genau. Die Wand ist so langweilig, gib mir was. Genau, Katastrophe ist natürlich für alle Leute, die auftreten. Bands, Kleinkünstler, Theaterleute, das ist natürlich. Ja, für mich ist natürlich, ich habe einerseits von der Kunst, andererseits arbeite ich ja noch ein bisschen als Layouter, das war natürlich auch nicht einfach am Anfang, weil ich habe viel für Theater, Theaterfotografie und Theaterlayouts gemacht und die haben natürlich auch alle zu, die braucht mich dann auch nicht mehr. Und wenn das nicht dein Hauptjob ist, ich habe zum Beispiel mit mir im Atelier eine Nachbarin, die macht Hochzeitsfotografie ausschließlich und Veranstaltungen, die weiß jetzt auch überhaupt nicht, was sie machen soll. Hochzeiten gibt es auch so. Ja, nichts passiert. Dürfen jetzt nur noch zwei Leute, in Köln war letztens, weiß ich nicht, ob es immer noch gilt, da durfte nicht mal bei der Fotografer oder die Fotografin mit. Also nur Ehepaar, Trauzeugen und enge Familie oder so, niemand sonst. Genau. Ich war bei der Hochzeit meiner Schwester und bei der Hochzeit meines Onkels und ich weiß ja nicht, wie das in Köln so ist, aber das ist ein super kleines Kabuff von den Gemeinden oder den Städten. Also die haben immer einen super kleinen Raum, wo sich jede Menge Leute reinquetschen und das wäre Hochzeit jetzt nicht so toll. Also so stamtliche Hochzeit in so einem kleinen Kabuff, wo sich gefühlt 20 Leute reinquetschen können. Man hätte natürlich jetzt die wunderbare Gelegenheit, das dann unter freiem Himmel zu machen. Die wunderbare Gelegenheit, heimisch zu heiraten, natürlich mit Ausrede. Sonst würde ich immer sagen, ah, wir hätten es euch ja gesagt, war es doch. Sorry, wir wollten euch ja einladen, aber ihr wisst ja Corona. Das wäre jetzt die Gelegenheit. Ja. Ja, aber zu... Man könnte immer sagen, ich wollte ja eine große Party geben, aber guck doch mal hier. Vielleicht in drei Jahren oder so. Jedenfalls für die darstellenden Künstler und eben die Künstlerinnen und Künstler, die eben auftreten und so, ist es natürlich echt schwierig, weil jetzt so unklar ist mit dieser staatlichen Förderung, ob die das eigentlich mit der Solo-Selbstständigenhilfe zumindest hier in NRW beantragen können oder nicht, weil es hieß am Anfang, ihr müsst jetzt Grundsicherung beantragen. Die ist ja jetzt Gott sei Dank ausgesetzt mit dieser Vermögensprüfung, weil bis Ende März hat es ja noch bedeutet, dass du im Zweifelsfall dein Atelier oder Probenraum ja theoretisch aufgeben müsstest. Das war ja völlig unklar, was damit ist, den du ja brauchst zum Arbeiten. Wir können jetzt nicht allen Künstlern und Künstlern die Probenräume und Ateliers wegnehmen, das wäre eine Katastrophe. Aber das wird ja zumindest im Moment... Ja, aber genau das ist das Problem jetzt. Wir müssen das ja irgendwie über Wasser halten, dann sind die ja alle weg. Also wenn jetzt alle Leute, die Theater machen oder auftreten oder eine Band haben, neuen Jobs suchen, dann haben wir in einem Jahr ja keine Kunst mehr. Weil es kommen ja nicht so schnell Leute nach aus den Schulbands. Die Schule gibt es ja auch nicht mehr. Nee, Schule gibt es auch nicht mehr. Da ist mit Proben auch ein bisschen schlecht. Ja, was denkst du, wie lange kann die Situation so weitergehen? Bevor die Kunst sozusagen baden geht. Kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich weiß das nicht. Ich kann das nicht sagen. Ich habe jetzt ja, wie gesagt, ich mache auch Grafik für Theater, diverse und Auftrittsorte. Und das ist, ich merke, wie die Leute wirklich kämpfen und jetzt auch so ein bisschen Aktionismus haben, irgendwas zu machen, Gutscheine zu verkaufen, Supporter-Tickets, Online-Veranstaltungen. Ich kenne viele Comedians auch, die jetzt, weißt du, so Livestreams machen gehen, abends sich Gäste einladen und mit Leuten quatschen. Das geht natürlich als Überbrückung irgendwie so ein bisschen um die Stimmung hochzuhalten, aber bringt natürlich am Ende kein Geld. Und ja, das größere Problem ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel so mittelgroße Theater, ja, wo internationale Bands auftreten, klar kannst du selbst in Köln, vielleicht gibt es im halben Jahr wieder Theater mit 500 Leuten, aber es kommt ja kein Musiker aus den USA oder aus Südafrika hierher und tritt auf. Also das ist ja auch noch diese Kette, die da weitergeht. Was ist mit den ganzen Gigs, die geplant sind international? Aber die Gelegenheit für einheimische Künstler? Auf jeden Fall. Da sollen die Theater mal angehende Stars der deutschen Kunstszene mehr beanspruchen. Und ja, ich bin gespannt jetzt, wie das nach Oster wird. Ich fieber da wirklich drauf zu, wie jetzt sich Gedanken, ich nehme an, wenn es ja viele Gedanken darüber macht, wie man so Lockerungsmaßnahmen vonstatten gehen lassen kann. Ich bin sehr gespannt, wie das gemacht wird. Und selbst wenn, ja, das ist natürlich, ich sehe das jetzt, wie Leute sich im Supermarkt anranzen mit, wenn jemand jemandem zu nahe kommt, wie Leute mit Maske rumlaufen, wie es sehr viele ängstliche Menschen gibt, anderen, denen es egal ist, dann konfrontieren die sich und es gibt Streit und Zank. Selbst wenn wir jetzt sagen, was weiß ich, wir machen für alle unter 60 jetzt die Kneipen wieder auf oder alle unter 50 dürfen wieder ins Theater gehen, keine Ahnung, oder jeder, wie es Panama gemacht hat, manchmal nur die Männer, manchmal nur die Frauen, was weiß ich, wird ja das gesellschaftliche Klima auch nicht von heute auf morgen umgeschaltet sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, also wie zum Beispiel die nächste Großveranstaltung hier war hier bei uns in Köln CSD, wie sowas stattfinden kann mit dem Klima, der wir müssen alle Abstand halten und wollen es gegenseitig infizieren mit Corona. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass zu mir, ich kann jetzt nächste Woche kein Atelierfest machen. Selbst wenn nichts gelockert wird, könnte ich nichts zu mir ins Atelier entladen, 50 Leute, weil ich glaube, da kommt keiner, weil alle ja immer noch Abstand halten müssen, wollen, können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Jahr irgendwie noch Großveranstaltungen gibt mit Bands mit 20.000 Leuten. Wüsste ich nicht, wie das funktioniert. Aber hoffen wir mal, dass es wenigstens den CCC gibt. Das sind ja auch mehr als 500 Leute, so knapp. Ja, deshalb bin ich sehr gespannt in den nächsten Monaten, wie das alles funktioniert, wie das vonstatten geht. Und eben dem Anfang des Gespräches, wie es eben auch wird mit, wie nennt es das Wort, Durchseuchung, wenn ein gewisser Teil das eben auch hinter sich hat, wie wir damit umgehen. Ja, bin auch gespannt. Aber wichtig ist jetzt erstmal, ich glaube, dieser 19. April ist dann wirklich erstmal so ein Scheidepunkt, wo sie gucken, was machen wir jetzt und wie fahren wir dieses gesellschaftliche Leben so stufenweise wieder hoch oder behalten wir das noch bei? Bei Künstlern und Künstlern bin ich jetzt schon mal froh, dass sie da diese Grundsicherungssache gelockert haben oder auch diese Minijob-Zuverdienst-Sache. Weil ich habe ein deutscher von fand ich ganz spannend. Das hat ja auch bis Ende März noch bedeutet, dass wenn du zum Beispiel Musiker im Orchester bist und eine ganz alte Geige hast für 100.000 Euro, dass sie die theoretisch jetzt verkaufen müssen erstmal. Ja, super. Was nicht auch eine Katastrophe gewesen wäre. Genau. Na, immerhin. Okay, Danny, hast du noch irgendwas, dass du unbedingt loswerden musst? Oder willst? Ja, Maggesehen davon, dass du... Support your local artist. Ja, support your local artist. The local restaurant. Das habe ich ganz vergessen. Wie läuft denn dein Online-Verkauf? Wieso hast du bisher noch nicht online verkauft? Überhaupt? Also ich habe immer mal online verkauft. Ich bin so in diversen Online-Galerien vertreten, wo man sich so anmeldet, ein Profil anlegt. Das läuft ja mehr schlecht als recht. Kunst ist immer noch ein sehr haptisches Ding. Also ab einem bestimmten Preisniveau kauft die Leute einfach online keine Kunst. Weil ich glaube, Kunst viel über Sammlerinnen und Sammler geht. Das heißt, persönlich Beziehung. Also selten hast du jemanden, der Kunst kauft, zumindest meiner Erfahrung nach, der dich überhaupt nicht kennt und nicht weiß, wer du bist und irgendwie nur hinkommt und sagt, ich will jetzt von ihnen was kaufen. Das passiert selten, sondern irgendwie so eine Symbiose zwischen Interessent und Künstler oder Künstlerin. Also es muss ein Netzwerk geben. Genau, richtig. Und davon profitiere ich jetzt auch nur. Also ich habe jetzt niemanden Fremden, der jetzt sagt, ich kaufe es, sondern ich stehe jetzt online und sage, hier, wer Bock hat, mich zu unterstützen, macht das jetzt. Weil jetzt ist es wichtig. Und wer schon immer mal dachte, ich brauche mal wieder Kunst von Frede zu Hause, der hätte jetzt die Gelegenheit. Corona ist spezial. Und, ja, genau. Aber das funktioniert jetzt. Es kann langfristig funktionieren. Gibt es auch Spezialpreise für Corona? Na, das machen wir dann. Und das ist ja meine große Hoffnung, dass wir aus dieser Krise rausgehen und eben nicht manifestieren, dass wir uns aus dem Weg gehen, sondern mittlerweile merken, dann bis zum Ende, wie wichtig persönlich Kontakte sind, wie wichtig Netzwerke sind, wie wichtig es ist, sich persönlich zu sehen und miteinander zu sein und das dann wieder zelebrieren werden. Nicht hier wie über Skype. Oder? Ja, also wenn du die offizielle erste Atelierparty wieder gibst, wo man saufen kann ohne Ende. Ich habe alle, die von mir jetzt Kunst gekauft, da habe ich gesagt, ich werde die grandioseste Atelierparty machen, die Köln-Ports je gesehen haben. Und die größte und spektakulärste. Ich bin ja auch eher so ein Typ, der sich nicht viel bewegt, also außerhalb seiner Wohnung ist. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, ich könnte überall hinfahren. Wenn ich nur könnte, würde ich jetzt überall hinfahren. Deswegen, also wenn du offiziell eine Party gibst, lad mich ruhig bitte mal ein. Dann kann ich mal nach Köln kommen und mir das angucken. Mal abgesehen davon, dass ich zu Alkohol nie Nein sage. Oh ja. Da hätte ich eine Idee. Ja, hast du sonst Fragen zur Kunst? Zur Kunstwelt? Ich habe keine Ahnung von Kunst. Deswegen hätte ich wahrscheinlich 10.000 Fragen. Also wie gesagt, ich spreche auch einer sehr privilegierten Position, weil ich natürlich dadurch, dass ich lange mache, schon ein gutes Netzwerk habe. Vielen jungen Künstlerinnen und Künstlern, die jetzt von der Uni kommen, so geht es ganz anders. Weil du hast dieses Netzwerk einfach nicht. Ich habe auch für mich jetzt... Wir müssen dazu sagen, dass Danny nicht 21 ist, obwohl er so aussieht, ja. Ah ja, danke. Das ist alles Filter hier. Das ist mein Max-Top-Zock. Der Verjüngungsfilter, den Danny offensichtlich in seine Gene eingebaut hat. Dann habe ich, jetzt stellt sich es raus, ich habe im Moment keine Galerie, die mich vertritt. Ich bin also vollkommener Selbstvermarkter. Das ist jetzt der große Vorteil, weil natürlich die Galerien behördlich geschlossen sind. Alle Künstlerinnen und Künstler, die vertraglich an eine Galerie gebunden sind, haben jetzt echt ein Problem, weil die Galerien ja zu sind. Weißt du, ich kann jetzt mein Zeug selber irgendwie versuchen, an den Mann und die Frau zu bringen. Das ist echt gut für mich. Und ich eben auch... Also die Kunstwelt, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber ich sage mal, es gibt ein Drittel der Künstler, die kann überhaupt nicht von der Kunst leben, versucht es aber. Dann gibt es ungefähr der Rest, der einigermaßen von der Kunst leben kann. Dann gibt es so 2% der Überflieger. Die Leute, die Namen, die man kennt, die so viel Kohle verdienen, die jetzt auch keine Gedanken machen müssen. Und ich bin so in der Mitte unten drin, wo ich sage, ich kann von der Kunst leben und habe nicht noch einen Zweitjob im Kunstbusiness. Weil das geht natürlich vielen nach. Viele Künstlerinnen und Künstler gehen entweder nebenbei Kellner, ein bisschen Geld für die fällt weg. Und ich kenne auch sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die in dem Kunstbusiness noch tätig sind. Also die zum Beispiel für Galerien noch Sachen ausfahren oder für andere, was ich, Messebauer sind oder Ausstellungen organisieren als Kuratorin, durch die Arbeit oder Zuarbeit. Da fällt auch alles weg. Das heißt, viele Künstlerinnen und Künstler, die nebenbei Gewerke in dem Kunstmitier, in dem Kunstbusiness haben, haben jetzt auch nichts mehr. Also das ist fatal für viele. War mir trotzdem wichtig, dass du mal also diese Perspektive so in den Podcast reinbringst und ich das mal bei YouTube auch teilen kann. Also danke. Ich melde mich, sobald ich meine Künstler-Soforthilfe vom Land NRW erhalten habe. Ja, mach das mal. Halt uns auf dem Laufenden. Wie schnell das denn so geht? Oder ob das Wochen und Monate gedauert hat. Aber zum Glück ist dein Lebenspartner ja in der systemrelevanten Tätigkeit und kann unter dem Tisch noch Sachen besorgen. Wenn es nicht gäbe, es gibt sie ja nicht. Das wäre doch im Schwarzhandel aufmachen, Roggenbrotmehl verkaufen und nebenbei sagen, also wenn ihr dieses Bild kauft, gibt es kostenlos dazu Roggenmehl. Läuft wie warme Semmeln. Vielleicht sollte ich Fotos von Toilettenpapier verkaufen. Vielleicht reicht das den Menschen zum Angucken zumindest. Da hat man das Gefühl, man hätte welches zu Hause. Eine Edition. Das ist wie mit dem Kuchen, der wie Toilettenpapier aussieht. Sehr gut. Also noch wirklich zum Ende. Genau, also Aufruf zum Schluss. Ich wollte noch sagen, wenn das jemand hört, unterstützt eure regionalen Leute, die gerade Take-Away machen. Kauft Leuten Kunst ab. Unterstützt Leute, die Aufrufe machen, dass sie vielleicht Unterstützung brauchen für die nächsten Wochen. Kauft vielleicht Konzerttickets. Wenn ihr Konzerttickets habt, gebt sie nicht zurück, wenn es kleine Veranstaltungen waren, sondern spart euch das auf. Weil viele Menschen jetzt in der exzellen Krise sind. Und Kunst wirklich jetzt, und das ist für mich natürlich spannend, überhaupt nicht systemrelevant ist. Es ist so egal vielen Menschen. Man merkt auf einmal, dass man eine Bedürfnis des Menschen befriedigt, dass im Moment sehr runtergefahren ist, weil die Leute alle andere Sorgen haben. Ich hoffe, das kommt aber bald wieder. Hoffen wir auf das Beste. Danke, Danny, dass du im Podcast warst und wir sehen und hören uns. Bis bald. Tschüss. Danke dir. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020